...offensystem des imaginierten Ordens früher als erwartet einen kritischen Punkt. Wenn wir es jetzt nicht aufhalten, wird alles auf der Insel zerstört. Halt's mal um den Relius-Spaß! ...pilotin der Realität wird die Mission anführen. Ich fü- Ich werd das anführen! Ich bin der Anführer! Die Brücke gehört dir, Paradigmen. Mir gehört das! Ich bin der Pilot! ...hört die, zuhören. Heute erledigen wir den imaginierten... Halt's mal um, du Hure, so! Hure! Ich bin der Scherf! Hey, ich muss jetzt uns alles zensieren! ...positiv, Status! Bodenteam ist bereit! Die Bilder sind deaktiviert, wenn ihr die Insel erreicht. Man nennt mich nicht umsonst die Legende. Aha! Ich bin die Legende! Bereit halten für Startsequenz! Ich kann nicht ran! Let's go! Let's go! Waffensysteme sind bereit. Jetzt Bartut seinen Weg durch die Asteroid. Verkackt doch nicht, arbeitet, Aurelius, töte diese Asteroiden, verrichte sie, wenn du versagst, wirst du sterben. Bereit machen für Ausweichmanöver, los geht's. Da ist Frontide. Ich bringe uns runter. Frontide, Ditzel. Wir müssen den Wänden immer schnell angreifen. Mach den Weg frei. Ich bringe uns hin. Ähm, Legate? Ich dachte, du kümmert dich. Ja, 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 das packen wir schon. Ähm, sobald wir herausfinden wie. Wir kümmern uns. Ganz genau. Wir haben mehr Panzerdivisionen hier, Digga. Schickt. Schickt diese Panzerdivisionen. Los, Aurelius! Aurelius! Ja! 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 Greif auf! Jawohl! Ja! Starkes Energiesignal entdeckt. Gläserangriff auf 10 Uhr! Achtung, einschlafen! Ja, geht los! Was? Ja! Ja! Energie in den Herzbrecher aufleifen! Ja! Ja! Oh, mein Gott! Ein brauer Mann, der... Aber nur sind X-X! Futsch! Entfassen! Gefahr Elimidiert! Du bist da! Die Kirche der Jäber im Klang ins Haus! Ich höre den Anruf! Säger! Ja! Ja! Der Eisner! Der Ezner! Der wir in den Augen mit aufhitzen! Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir bekommen den Gebetier in der Luft geschickt! Der wir in den Augen mit nicht. Ich kenn's aufschreiben! Das ist nicht so! Wir brauchen den Arm! Aurelius! Nun haben wir die belegen! Ja, wir sterben jetzt. Ja, für Kacknäger, ihr seid alle schlecht aus. Paradigma, antworte! Hörst du mich? Ich bin hier. Sind außer Gefecht. Systeme beschädigt. Ohne Reparaturen stecken wir hier fest. Keine Sorge, ich kenn da wen. Das ist dein Moment, Kumpel. Das ist ein Versuch wert. Energie ist wieder Herstellungsnotsystem umgehalten. Ich fasse es nicht, dass das funktioniert. Bravo, Charlie. Wir sind wieder am Start. Der Wechsel zerlegt sich aus. Los geht's. Ich bin hier sonst verärgert. Die Schilder sind ausgeschaltet. Das Ding ist ungeschützt. Wir sind unterwegs. Ich erledige die Luftschiffe. Kümmert ihr euch um die Bodentruppen. Alle feindlichen Kräfte wurden eliminiert. Das ist unser Chance. Energie in den Klingenschlag. Energie in den Klingenschlag. Entdeckt. Wartet. Auf hier, auf hier, los! Jawohl. Ich wusste es. Der U-Bullis entdeckt. Karmstabsystem offline. Waffensysteme offline. Hört ihr mich? Jemand verletzt? Los, auf die Beine. Kommt! Sloane freut sich eher nicht, dass wir hier sind. Ich sehe sie, Jones. Und sie hat ein Panzer. Also weg hier. Kopf runter und folgt mir. Einfach dir vor dem Kopf aus. Halt für Schuss! Sie können sich nicht ewig von mir verstecken. Kärin, das hat eh kein Name, also muss ich alles machen. Kärin, das ist auch für dich gleich, weil, weil, wie wäre ich das? Äh, du bekommst keine Schaden. Oh, wieder mit der Skar zu schießen, geil. Der Wok, der Gile von der Wok. Dann endet alles. Das ist doch ab, Schatz. Außer ihr wollt nahe, wohin auch immer. Das ist egal. Niemand geht, bis alle Pfeile ausgeschaltet sind. Erledigt sie! Achtung! Hilf mal! Hey! Gehen rüber! Hey, ich hilf mal! Halb mal! Da fängt er! Ja! Ja! Wir sind 60% und steigend. Was ist denn geil? Ja! 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 Geh die wohl nie auf. Ich bin aber froh, dass sie bleibt. Öffentlich bekomme ich die Chance, das hier zu Ende zu brennen. Ja! Und wieder online! Verschlaut. Jules, wir brauchen leer Zeit. Halt, 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 halt! Nicht schießen! Slow! Gebt auf! Das geht auch anders. Immer so dramatisch. Noch irgendwelche letzten Worte, Jules? Hä, wohl. Ähm, Vorsicht! Ich, äh, dachte ich gehe euch zur Halt. Willkommen zurück, Paradigma! Äh, wer ist das? Der 9-Pot-Distock-Chirner gerichtet. Bitte, das ist unsere Chance, sie zu finden. Das ist das, wir. Okay, jetzt liegt es auf. Wir öffnen uns. Ich bin alle halt! Diese Kranzhalle zerstört gleich den 9-Pot. Kommand euch um. Der, was muss ich mich hinkriegen haben, nach oben. Der 9-Pot ist fast oben. Ein, 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 ein. Oh, das ist das, was ist das? Das ist das, was? Der schafft. Keine Sorgen, ich bin da. Der... Der... Mann, Epic, wo's Travels? Wie voll zum Volk? Was heißt das jetzt? Muss ich jetzt warten oder was? Weiß ich nicht. Ich verlasse mal.